Warum wir unbedingt barfuß laufen sollten. Immer mehr Studien zeigen, dass wir elektrische Wesen sind. Und ich sage euch ehrlich, der Kontakt mit der Erde, mit Mutter Natur, tut uns Menschen extrem gut. Weil die Schuhe, die wir tragen, uns daran hindern, uns zu erden. Und wenn wir das nicht tun, stauen wir zu viel Energie an, die Chaos in unserem Organismus verursacht. Das Leben in einem hohen Stockwerk trennt unseren Körper vollständig von der Erde und verhindert, dass eine überflüssige elektromagnetische Ladung los wird. Der Kontakt mit der Erde wird stark entzündungshemmend und ist nebenwirkungsfrei. Da gibt es keinen bei Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf YouTube. Und ich küsse euer Herz, nur Liebe geht raus. Wir gehen in ein neues Video rein. Und zwar heißt das Video, warum wir unbedingt barfuß laufen sollten. Ich kann mir schon vorstellen, was da erzählt wird. Connection zu der Natur etc. Klamotten und Schuhe disconnecten uns leider. Leider ist es in Deutschland nicht so oft möglich, weil da ja sehr viel Asphaltiertes und da wenig Kontakt mit der Natur und Mutter Erde gibt. Und ich sage euch ehrlich, der Kontakt mit der Erde, mit Mutter Natur tut uns Menschen extrem gut. Ob wir in den Wald gehen und Bäume umarmen, ob wir irgendwie ins Meer reinsteppen oder einfach nur barfuß auf einem Sandboden rumlaufen, das ist einfach eine Sache, da wirst du sofort spüren und merken, dass es dir besser geht, weißt du? Wir sind auch naturverbunden eigentlich als Menschen, weißt du? Da kommen wir her. Wir haben uns so weit zivilisiert und so weit entwickelt, dass wir gar nicht mehr viel mit der Natur zu tun haben. Das meiner Meinung nach ist es auch ein Grund dafür, dass wir die Natur und die Tiere auch so behandeln, wie wir es tun, weil wir keine richtige Connection mehr dazu haben. Und wir sollten diese Connection wieder mehr hinbekommen, indem wir uns mit der Natur connecten. Und ich glaube, dann wird automatisch sowas wie Massentierhaltung und diese ganzen Geschichten einfach nicht mehr funktionieren. Deswegen gucken wir uns jetzt ein Video ein, was hoffentlich prägt. Ich küsse euer Herz. One Love geht raus. Rein ins Video, Digga. Immer mehr Studien zeigen, dass wir elektrische Wesen sind. Wir sind wie Antennen und nehmen die ganze Energie aus unserer Umgebung auf. Jedoch ist die Umwelt um uns herum heutzutage übermäßig mit Elektrosmog belastet. Das Leben in der Stadt ist sehr stressig und manchmal sammelt unser Körper zu viel Energie an. Und kann sie nicht abbauen, weil die Schuhe, die wir tragen, uns daran hindern, uns zu erden. Schuhe wirken isolierend und verhindern, dass unsere Energie so fließt, wie sie sollte. Denn der Mensch ist von Natur aus dafür gemacht, barfuß zu gehen. Und wenn wir das nicht tun, staunen wir zu viel Energie an, die Chaos in unserem Organismus verursacht. Das ist crazy, Digga. Das merkst du auch, wenn du mal ein, zwei Tage ohne Schuhe rumläufst. Und ich versuche hier in Tulum auch so oft wie möglich ohne Schuhe einfach rauszugehen. Das ist manchmal mit den Steinchen und so ein bisschen schwierig. Aber ich versuche so oft wie möglich auch komplett ohne Schuhe den Tag zu verbringen. Höchstens im Gym oder so. Und du merkst einfach, das hat schon einen positiven Effekt auf deinen Körper. Definitiv. Deswegen lass die Schuhe so oft wie möglich weg. Aber in Deutschland ist es kaum undenkbar. Also ist fast undenkbar, meine ich. Weil, wo willst du da barfuß rumlaufen, Bro? In der Stadt oder was? Dass wir uns müde fühlen und keine Lust haben, irgendetwas zu unternehmen. Ja, wir können sogar ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommen. Aber nicht nur Schuhe schaden uns. Auch moderne Gebäude verhindern, dass wir uns erden. In den Städten werden meistens Hochhäuser gebaut, um viele Menschen in kleinen Räumen unterzubringen. Aber diese Bauweise entfernt uns immer mehr vom Boden. Das Leben in einem hohen Stockwerk trennt unseren Körper vollständig von der Erde und verhindert, dass er überflüssige elektromagnetische Ladung los wird. Ja, für... Das ist krass. Das ist krass. Also dazu... Ja, Digga. Ja, ich hab nämlich auch mir schon einen Talk reingezogen von so einer Dame aus Jamaica, die auch davon geredet hat, so. Wie wichtig das ist, dass wir uns als Menschen erden immer wieder, weil wir auch wie so ein Conductor sind, weißt du, wie ich meine, so. Und wir wirklich elektromagnetische Energie auch in uns tragen und dass das auch fließen muss und dass wir uns mit der Erde connecten müssen und auch Sonne brauchen, etc. Dass das alles einen Effekt auf uns als Mensch hat, weißt du. Das wird aber bei dieser ganzen Stadtgeschichte eigentlich komplett auseinander... Also wird komplett so... Wird nicht drauf geachtet. Das stimmt schon, wenn du da irgendwo im 20. Stockwerk irgendwo in deiner kleinen Bude drin sitzt, dann hast du gar keine Verbundenheit mehr so. Wenn du dann eine kleine Hütte zum Beispiel irgendwo im Wald hast, weißt du, das ist ein Riesenunterschied. Da gibt es immer mehr Befürworter des Barfußlaufens, die das Tragen von Schuhen jeglicher Art ablehnen, zumindest zu Hause. Es gibt jedoch einen Faktor, der uns davon abhalten kann, es zu praktizieren. Und das ist die Kälte des Winters, obwohl es immer mehr mutige Menschen gibt, die keine Angst vor dem Gehen im Schnee haben. Ganz im Gegenteil, sie sagen, dass das Gehen im Schnee für ein bis drei Minuten den Blutkreislauf anregt und Krampfadern vorbeugt. Wir müssen uns jedoch nicht der Gefahr einer Erkältung aussetzen, denn allein das Gehen ohne Schuhe ist schon vorteilhaft. Es strafft die Beine und entwickelt eine große Muskelkraft in den Füßen und Hüften. Das Schuhwerk übt Druck auf bestimmte Muskeln aus, die dadurch verkümmern oder an Beweglichkeit verlieren. Außerdem lassen Schuhe und Socken die Haut nicht atmen, sodass es ratsam ist, die Füße so lange wie möglich freizuhalten. Barfußlaufen ist gut für die Knochen, vor allem wenn man auf verschiedenen Untergründen läuft. Und reorganisiert auf natürliche Weise die strukturelle Spannung des gesamten Körpers. Wie war das? Ich glaube, sehr viele Nervenenden aus unserem Körper laufen zurück in die Füße rein, ne? Also runter in die Füße, meine ich. Deswegen ist es auch so intensiv, wenn du eine Fußmassage bekommst oder sowas. Also wir werden ja auch wenig da unten massiert und da ist auch sehr viel Druck. Wer kennt das? Wenn du mal eine Fußmassage bekommst, dann merkst du auf einmal, wie du ganz viele Sachen loslässt. Also da sind schon viele Nervenenden, glaube ich, unten in der Fußsohle. Es verändert auch die elektrische Aktivität des Gehirns positiv, verbessert die Herzfunktion, hilft bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels und stärkt das Immunsystem. Der Kontakt mit der Erde wird stark entzündungshemmend und ist nebenwirkungsfrei. Die Elektronen... Das ist so... Der Kontakt mit der Erde wirkt extrem entzündungshemmend und ist nebenwirkungsfrei. Weil... Das ist krass. Der Erde reduzieren die Entzündung und die Oxidation. Und damit den... Da gibt es keinen bei Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Gibt es da nicht, Bro. Erde ist safe für uns. ...Schmerz. Menschen, die an Diabetes, Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Angstzuständen leiden, profitieren sehr von dieser Praxis. Wir leben in einer Zeit, in der die elektrischen und elektromagnetischen Felder, die uns umgeben, sehr hoch sind, sodass immer mehr Menschen an elektromagnetischer Überempfindlichkeit leiden. Und gerade deshalb ist es heute wichtiger denn je, die Schuhe auszuziehen und mit den Energiefeldern der Erde in Kontakt zu treten, um nicht nur unseren physischen, sondern auch unseren mentalen Körper so weit wie möglich auszugleichen. Denken wir daran, dass der Körper ein natürlicher Leiter ist und der Kontakt mit der Erde ebenso notwendig, wie Wasser und alle anderen Nährstoffe ist. Es lohnt sich für jeden Barfuß zu laufen, auch wenn es nur ein paar Minuten am Tag sind. Connect back to nature, alter Mutter Erde. Fühle ich komplett das Video. Geil. Nehmt euch das zu Herzen, Freunde. Einfach mal an eine Wiese irgendwo hinfahren, irgendwo im Wald oder so und schön auf gemütlich ein bisschen spazieren gehen und sich wieder connecten mit der Erde, elektromagnetische Energie ablassen, aufladen. Wichtig und richtig, ja. Geiles Video. One Love. Danke an denjenigen, der das in den Discord reingeschickt hat. Den Kanal finde ich auch richtig geil hier.